I was made for loving you. Kiss. Ihr benötigt folgende Akkorde. E-Moll, A-Moll, D, G, H, A, C, und C7 Major. Für den Rhythmus der rechten Hand schlage ich euch vor immer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oder 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, geht vielleicht besser zu merken, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, immer 1, 2, 3, 4 zu machen. Bei 1 Abwärtsschlag, bei 2 Aufwärtsschlag, 3 Abwärts und aufwärts wieder die 4. Also immer im Wechsel Abwärts, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Und bei Zählzeit 3 macht ihr einen Perkussionsschlag rein. Also nehmen wir uns mal das E-Moll. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Perkussionsschlag ist eigentlich nur ein Abstoppen von den Saiten. Also ihr spielt die Saiten an in Zeitlupe und stoppt sie gleich wieder mit den Handballen ab. 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020